Forever Living Products – erfolgreich in einem starken Team. Forever bietet Ihnen eine sichere Zukunftsperspektive. Mit uns können Sie ohne Risiko ein sehr gutes Zusatzeinkommen in Form einer Nebentätigkeit erzielen oder als selbstständige Haupttätigkeit aus beinahe unbegrenzten Einkommenspotenzial schöpfen. Und das bei frei einteilbaren Arbeitszeiten. Unser Marketingplan ist einer der einfachsten Wege, Ihr eigenes Geschäft aufzubauen. Mehr noch, Sie starten risikolos in ein etabliertes und wachsendes Geschäft. Unser Plan sichert Ihre Leistung, egal auf welcher Erfolgsstufe Sie sich befinden. Sie profitieren vom Erfolg Ihres Teams, das Sie nach und nach aufbauen können. Wir fördern Sie durch regelmäßige Trainings- und Fortbildungsveranstaltungen und reduzieren Ihre Büroarbeit auf ein Minimum, damit Sie für Ihre Kunden und Ihr Team mehr Zeit haben. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann aufgepasst! Im Folgenden erklären wir Ihnen unseren Marketingplan. Sie werden sehen, wie einfach es ist, Ihren Zielen und Träumen ein gutes Stück näher zu kommen. Bei traditionellen Verkaufswegen steht zwischen Hersteller und Endkunde eine ganze Kette von Zwischenhändlern. Jeder von Ihnen möchte natürlich seinen Anteil vom Erlös sichern. Bei Forever gelangen die Produkte direkt vom Hersteller über einen Distributor, also Sie, an den Endkunden. Dieser Direktvertrieb gestattet Ihnen eine größere Gewinnspanne und kommt zugleich dem Kunden zugute, der einen besseren, auf seine persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenen Service erhält. Unser Marketingplan ist einfach strukturiert und dennoch erstaunlich effizient. Betrachten wir die einzelnen Erfolgsstufen. Sie kennen unsere Produkte, sind überzeugte Anwender und Sie möchten, dass auch Ihre Freunde und Bekannten die Forever-Produkte kennen und schätzen lernen? Dann lassen Sie sich bei Forever als Distributor registrieren. Dies ist für Sie kostenlos. Sie müssen lediglich bei Ihrer ersten Order einen Mindestbestellwert von 150 Euro einhalten. Weitere monatliche Gebühren, Lizenzen oder Mindestumsätze gibt es bei Forever nicht. Mit Ihrer Registrierung als Distributor haben Sie bereits den ersten Schritt getan. Sie können nun die Produkte direkt von Forever beziehen. Sie profitieren somit vom Einkaufspreis, der ca. 30% unter dem empfohlenen Endkundenpreis liegt. Und mehr noch. Zufriedene Kunden sind die beste Werbung. Als Distributor haben Sie die Möglichkeit, unsere Produkte an Ihre Freunde und Bekannten weiterzuverkaufen. Möchten Sie noch einen Schritt weitergehen und durch den Weiterverkauf unsere Produkte ein Neben- oder gar Ihr Haupteinkommen erzielen, dann sind die nächsten Stufen in unserem Marketingplan für Sie besonders interessant. Für Ihre getätigten Umsätze erhalten Sie von Forever Monat für Monat Bonuszahlungen, deren Höhe von Ihrem Status, also der von Ihnen erreichten Stufe in unserem Marketingplan abhängt. Um eine höhere Stufe auf Ihrem Weg zum Erfolg zu erreichen, müssen Sie innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Monaten einen bestimmten Produktwert umsetzen. Da Forever ein international agierendes Unternehmen ist, wird der umgesetzte Produktwert intern in Case Credits, CC, oder zu Deutsch Verrechnungseinheiten, VE, bestimmt. Eine Verrechnungseinheit entspricht derzeit etwa 184 Euro. Grundlage für diese Berechnung sind jedoch die VE-Werte der einzelnen Produkte. Um nun als Distributor den nächsthöheren Status Assistant Supervisor zu erlangen, benötigen Sie zwei VE, die Sie innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Monaten umsetzen müssen. Ob Sie die Produkte für den Eigenbedarf oder für Ihre Kunden abnehmen, spielt dabei keine Rolle. Haben Sie diese Stufe erreicht, geht's für Sie so richtig los. Ab sofort sind Sie bonusberechtigt. Das heißt, Sie erhalten für jeden von Ihnen getätigten Einkauf zusätzlich 5% erstattet. Die Abrechnung Ihres Bonus erfolgt jeweils zum 15. des Folgemonats. Auch hier gilt als Berechnungsgrundlage der empfohlenen Netto-Verkaufspreis. Außerdem können Sie ab sofort auch neue Distributoren anwerben oder, wie wir es intern nennen, neue Leute sponsern. Dies bringt Ihnen weitere Vorteile. Für Produkte, die die von Ihnen gesponserten Distributoren einkaufen, werden Ihnen ebenfalls 5% gutgeschrieben. Denn der Distributor ist nicht bonusberechtigt. Den 5%-Bonus erhalten daher Sie als sein Sponsor. Zur Erlangung der Status-Supervisor benötigen Sie einen Produktumsatz von 25 VE. Auch wieder in zwei aufeinanderfolgenden Monaten. Keine Angst, diese mächtige Zahl müssen Sie nicht allein erwirtschaften. Sämtliche Verrechnungseinheiten Ihrer Downline, das sind alle von Ihnen gesponserten Vertriebspartner, werden auch Ihnen gutgeschrieben. Haben Sie beispielsweise 10 Distributoren gesponsert, die jeweils eine VE umsetzen, so genügen Ihnen in den zwei Monaten nur je 2,5 VE im Monat aus Ihrem eigenen Produktumsatz zum Aufstieg in die Stufe Supervisor. Für Ihre eigenen Einkäufe erhalten Sie nun 8 statt 5% gutgeschrieben. Ebenso für Einkäufe, die die von Ihnen gesponserten Distributoren tätigen. Was ist nun aber mit jenen in Ihrer Downline, die bereits zum Assistant-Supervisor aufgestiegen sind? Diese erhalten natürlich auch 5% auf Ihre Einkäufe. Nun, als Supervisor haben Sie Anspruch auf 8% des Nettoverkaufswerts. 5% werden Ihrem Assistant-Supervisor gutgeschrieben. Die Differenz, nämlich 3%, erhalten Sie. Dieser Bonus wird von uns auch als Gruppenbonus bezeichnet. Um ihn zu erhalten, müssen Sie lediglich auf eines achten. Sie müssen aktiv sein. Das bedeutet, dass Sie innerhalb eines Monats mindestens 4 VE umsetzen müssen. Eine VE muss dabei von Ihnen persönlich umgesetzt werden. Die verbleibenden 3 können auch von Ihren direkt gesponserten Distributoren erzielt werden. Bis zum Erreichen des Status Assistant-Supervisor werden Ihnen die VE Ihre neuen Distributoren als persönliche VE angerechnet. Die nächste Stufe in unserem Marketingplan ist der Assistant-Manager. Um diesen Status zu erhalten, benötigen Sie innerhalb von 2 aufeinanderfolgenden Monaten einen Produktumsatz von 75 VE. Natürlich gilt auch hier wieder, Ihre ganze Downline wird Ihnen beim Erreichen dieser Menge behilflich sein. Als persönlichen Bonus auf Ihre eigenen Einkäufe sowie die Ihrer direkt gesponserten Distributoren erhalten Sie nun 13%. Sind Sie zudem aktiv, setzen also 4 VE innerhalb eines Monats um, bekommen Sie außerdem den Gruppenbonus auf die Einkäufe Ihrer Downline angerechnet. Ein Assistant-Supervisor erhält auf seine Einkäufe 5%. Sie als sein Sponsor bekommen die Differenz ausgezahlt, also 8% auf sämtliche Einkäufe Ihres Assistant-Supervisors. Ebenso verhält es sich mit den Umsätzen Ihrer Supervisor. Hiervon werden Ihnen 5% angerechnet. Erreichen Sie zusammen mit Ihrem Team innerhalb von 2 Monaten einen Umsatz von 120 VE, so steigen Sie zum Manager auf. Ihr persönlicher Bonus beträgt nun satte 18%. Als Gruppenbonus erhalten Sie von den Umsätzen Ihrer Assistant-Supervisor 13%, von Ihren Supervisern 10% und von Ihren Assistant-Managern 5%, vorausgesetzt Sie sind weiterhin aktiv. Übrigens, egal welche Stufe Sie in unserem Marketingplan erreichen, der erreichte Status ist Ihnen ein Leben lang sicher. Ein Absteigen ist nicht möglich, selbst wenn Sie über Jahre hinweg keinen einzigen Einkauf tätigen. Und die Verrechnungseinheiten Ihrer Downline werden Ihnen weiterhin angerechnet. Viele Distributoren haben es gezeigt. Manager zu werden ist in nur wenigen Monaten möglich. Es liegt in Ihrer Hand, in welcher Zeit Sie Ihr Ziel erreichen. Bei Forever sind Sie zu nichts verpflichtet. Sie entscheiden selbst über Ihren Erfolg. Haben Sie den Status Manager einmal erreicht, besteht Ihre Hauptaufgabe nun darin, den Menschen in Ihrer Downline zu helfen, selbst Manager zu werden. Natürlich erhalten Sie weiterhin sowohl Ihren persönlichen Bonus als auch den Gruppenbonus auf die Umsätze Ihrer Downline. Doch als Manager bekommen Sie mehr. Wird ein von Ihnen direkt gesponserter Vertriebspartner selbst Manager, wir sprechen hier auch von einem Manager Ihrer ersten Generation, so erhalten Sie sage und schreibe 6% seines gesamten Umsatzes gutgeschrieben. Von Managern Ihrer zweiten Generation erhalten Sie 3% auf deren Umsatz gutgeschrieben und von Managern Ihrer dritten Generation sogar noch 2%. Um sich für weitere Stufen im Marketingplan zu qualifizieren, spielen Verrechnungseinheiten nun keine Rolle mehr. Ab jetzt wird auf die Anzahl der Manager Ihrer ersten Generation geachtet. Haben Sie zwei Manager in Ihrer direkten Downline, erhalten Sie den Status Senior Manager. Ab fünf Managern der ersten Generation werden Sie Soaring Manager. Mit neun direkt gesponserten Managern qualifizieren Sie sich als Sapphire Manager. Von nun an erhalten Sie nicht mehr 6, sondern 7% auf deren Gesamtumsätze. Von Managern Ihrer zweiten Generation bekommen Sie statt 3 4% und von Ihrer dritten Generation 3 statt bisher 2%. Und das Ihr Leben lang. Je höher Sie aufsteigen, desto höher ist auch der Anteil, den Sie vom Umsatz Ihrer Downline erhalten. Sie sehen, der Forever Marketingplan steht auf solider Basis. Ihr persönlicher Erfolg liegt in Ihren Händen. Sie sind zu nichts verpflichtet und dennoch stehen Ihnen alle Wege offen. Geben Sie Ihre Träume niemals auf. Sie sind greifbarer, als Sie vielleicht denken. Sie sehen, der Forever Marketingplan steht in Ihren Händen.